Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Furiosa von George Miller. In Zeiten, in denen alles fortgesetzt wird, kann natürlich auch vor Meisterwerken wie Mad Max Fury Road nicht haltgemacht werden. Und so hat George Miller selbst nun ein Prequel zu diesem großartigen Film entwickelt. Als die Zivilisation zusammenbricht, wird das Mädchen Furiosa von einem fruchtbaren Ort aus entführt und fällt in die Hände einer Biker-Horde, die unter der Führung des Warlords Dementos steht. Dementos wird verkörpert durch Chris Hemsworth. Furiosa wird gespielt von Anya Taylor-Joy. Sie spielt damit die jüngere Partie von Furiosa, die wir erleben, gespielt von Charlize Theron in Max Mad Fury Road. Furiosa wächst heran. Sie sind auf Rache und sie erlebt die Welt verheert und aufgeteilt. Dort werden allerlei militärisches Gerät und Munition produziert. Dann gibt es Gastown. Davon sehen wir sehr imposante Bilder. Anderswo werden Frauen als Gebärmaschinen gehalten. Wir sehen Folter, Mord und Quälereien. Es ist eine Art postapokalyptischer 30-jähriger Krieg. Solche Bildwelten werden hier aufgegriffen. Sehr fantasievoll werden Schurken, Outlaws und andere Figuren gezeichnet. Es ist ein Krieg aller gegen alle. Es gibt keine Ordnung. Alles ist eine Frage der Macht. Die Geschichte, die Miller wortreich uns erzählt, zu referieren, würde zu nichts führen. Da ist das große Manko dieses Films ist, dass er so sehr dem Erzählerischen verhaftet ist, obwohl die Bilder keine wirkliche narrative Rechtfertigung nötig haben. Man braucht eigentlich, um diese Bilder dann abspielen zu können, nur einen losen narrativen Rahmen. Aber hier versteigt sich Miller immer weiter in Details, um uns tatsächlich eine Vorgeschichte zu präsentieren. Furiosa ist knapp eine halbe Stunde länger als Mad Max Fury Road und dabei fragt man sich, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? In diesem Film drückt sich ein großer Wunsch nach dem Epos aus. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ja, dieser Film ist voller beeindruckender Bilder. Dieser Regisseur hat immer noch erstaunliche visuelle Einfälle. Es ist nicht so, als sei dies einfach nur der Aufguss von Mad Max Fury, Road. Und wenn man bedenkt, dass eine Figur sogar in einen Baum verwandelt wird, dass damit die Figur der Echo aufgerufen wird, dass hier also auch eine sehr postmoderne Antikenrezeption stattfindet, dann ist man glücklich über diese Bilder, die man dort zu sehen bekommt. Aber das Problem sind Handlung und Dialog. Gehen wir erst einmal zu einem anderen Epos über, nämlich zu Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Die Produktionsbedingungen im 19. Jahrhundert waren selbstredend andere als heute. Wagner beschäftigte sich mit dieser Tetralogie 30 Jahre lang. Eigentlich ist das vergleichbar mit George Miller, der seit über 45 Jahren sich mit dem Mad Max-Stoff beschäftigt, wenngleich er zwischendurch auch viele andere Filme gemacht hat. Jedoch diktiert das Kapital heute die Dramaturgie. Also eine langfristige Planung, dass man also vor 45 Jahren etwas konzipiert hat, dass man nun ausrollt, das ist nicht mehr möglich. Dass Furiosa nun im Mittelpunkt steht, liegt sicherlich auch daran, dass es am Markt ein Interesse dafür gibt, weibliche Heldinnen in den Mittelpunkt zu rücken. Und das Prequel ist ja überhaupt nur entstanden, weil Mad Max Fury Road so unglaublich erfolgreich war. Wagner hingegen hat die Story des Rings komplett konzipiert, hat dann das Libretto verfasst und infolgedessen über viele Jahre hinweg die Musik komponiert. So ist aber von Anfang an eine zwingende Geschichte da, eins greift ins andere. Dies ist hier nur nachträglich hinzuzufügen, dass man versucht, mit diesem Prequel an den schon sehr bekannten Mad Max Fury Road anzuknüpfen. Warum aber verwendet Furiosa überhaupt so viel Mühe darauf, eine Vorgeschichte zu konstruieren? Es ist wohl diese Suche, die wir heute überall erleben können, nach Sinn und Erklärung. Alles ist eigentlich ziemlich kontingent. Ständig geschieht etwas Neues und damit werden die Karten neu gemischt. Nehmen wir nur ein aktuelles Beispiel heraus. Der französische Präsident Macron hat schon so eigentlich jede Position zu China eingenommen, die man überhaupt einnehmen kann. Das liegt aber jetzt nicht nur daran, dass er ein Mensch ist, der ein unruhiges Gemüt hat, sondern es liegt natürlich auch daran, dass sich die Fakten ständig ändern, dass sich die Verhältnisse ständig drehen und damit muss man sich immer wieder neu positionieren. Das heißt, das Zwingende, das Ganzheitliche eines Epos ist schwer in solchen Zeiten aufrecht zu halten. Das heißt, die Zeit, in der man ein Epos erzählen kann, wie Wagner das noch tat, ist vorbei. Das gilt aufgrund von Geopolitik, in der sich Machtkonstellationen ständig neu ändern. Es gilt aber auch aufgrund der Launen auf dem Verbrauchermarkt. Was heute wahnsinnig gut ankommt, kann morgen schon ein Ladenhüter sein. Wo aber die große Erzählung verschwunden ist, da wächst die Sehnsucht nach ihr. Wagner komponierte im Zeitalter industrieller Revolution und Disruption und behauptete eine Ganzheitlichkeit, wo eigentlich schon viel Fragmentarisierung zu erleben war. Er rettete sich in die Kunst. Das gelingt aber dem Kino heute nicht mehr so recht. Die Sehnsucht nach der großen Erzählung führt in immer kompliziertere Handlungsstränge, sehr langatmige Erklärdialoge, die kein Ganzes mehr ermöglichen. Das erleben wir fortwährend in Furiosa und wir werden Schwierigkeiten haben, die inhaltlichen Details, nachdem wir den Film gesehen haben, überhaupt zu rekapitulieren. Doch der Film besteht ja nicht nur aus Erzählungen, sondern aus Bildern. George Miller hat eine herausragende ästhetische Einheit geschaffen. Die narrativen Verirrungen rühren daher, dass er der Kraft seiner Ästhetik eigentlich nicht ganz vertraut. Zu wünschen wäre für die Blu-Ray-Veröffentlichung ein Director's Cut, aber nicht so, wie das sonst immer stattfindet, dass das eine besonders lange Version ist, wo noch 30 weitere Handlungsstränge untergebracht werden, sondern ein Director's Cut müsste hier eigentlich einer sein, der den Film radikal kürzt, um sagen wir 40 Minuten und dann sehen wir tatsächlich, worauf es ankommt. Nämlich auf Maschinen, Menschen in Bewegung, auf die Darstellung von Gewalt, auf den Schrecken, auf unglaubliche Verfolgungsjagden. Darauf kommt es an. Das Ganze entsteht ja, diese Mad Max Saga, in einem politischen Kontext. 1979 kommt mit Mel Gibson in der Hauptrolle der erste Film in die Kinos. Die Ölkrise ist also durchgestanden, aber sie prägt natürlich den Zeitgeist. Die Endlichkeit der Ressourcen ist jetzt allen wohlbewusst, auch weil die Umweltbewegung immer lauter wird. Das heißt, in diesem realpolitischen Kontext setzt jetzt George Miller einen nihilistischen Schrecken, rivalisierende Banden. Wir verstehen gar nicht, welcher politischer Antrieb genau dahinter ist, aber wir merken, diese Zeit ist sehr zerrüttet, sie ist aus den Fugen. Aber der erste Teil ist noch ganz im Hier und Jetzt, könnte man fast sagen, verortet, während dann 1981 mit dem zweiten Teil George Miller den Sprung in die Abstraktion wagt und diese postapokalyptische Welt aufbaut, die aber noch nicht so faszinierend ist, weil ihm die technischen Möglichkeiten fehlen, das zu realisieren, was er eigentlich im Kopf hat. Und so ist erst mit Mad Max Fury Road dann die Technik so weit, dass das Visuelle, was Miller im Kopf hat, wirklich umgesetzt werden kann. Damit sind wir aber bei einer Ästhetik, die an sich so beeindruckend ist, dass sie gar nicht mehr eine langwierige Erzählung braucht. Von Friedrich Nietzsche gibt es den Satz, der große Stile entsteht, wenn das Schöne den Sieg über das Ungeheure davonträgt. Aber dieser große Stil meint bei Nietzsche noch die artische Tragödie. Diese verlangt aber Geschlossenheit, die ein postapokalyptisches Szenario genauso wenig mitbringt wie eine zersplitterte Weltordnung. Dieser Tage ist unentwegt von Narrativen die Rede, weil man so den allgemeinen Sinnverlust kompensieren oder gar vergessen will. Die Ästhetik des Schreckens aber, die Miller kreiert, ist viel zu kraftvoll und zu schön, um wünschen zu können, dass durch eine Erzählung der Schrecken gebändigt oder gar besiegt wird. Das nämlich würde auch das Ende dieser Ästhetik des Schreckens bedeuten. Insofern profitiert der Film von der Unübersichtlichkeit. Ja, diese Unübersichtlichkeit, die Unmöglichkeit, ein Epos zu erzählen, produziert erst diese Ästhetik, weshalb also dieses Unterfangen, doch eine große Handlung zu liefern, nur in die Irre laufen kann. Oder man kann sagen, glücklicherweise scheitert das Ganze, denn das würde auch die Ästhetik bändigen, würde sie eindämmen. Man muss vor der Unübersichtlichkeit nämlich nicht kapitulieren, denn die Ästhetik kann binden, was eine Story nicht zusammenhalten kann. Im Film, der zu Beginn stumm war, schlägt im Zweifelsfall das Bild immer das Wort. Es würde uns leicht fallen, eine Welt zu imaginieren nach der Zivilisation, in der sich ein Naturzustand wiederherstellt, in der der Mensch nur noch einen kleinen Teil einnehmen kann und alles sehr, sehr geruhsam verläuft. Das aber würde nicht unbedingt dazu anregen, dass großartige Bilder produziert werden. Ja, diese postapokalyptische Gewalt, die Miller uns zeigt, ist zugleich auch die Inspirationsquelle für diese ganz besondere Ästhetik. Der große Stil, der das Schöne über das Ungeheure siegen lässt, ist auch ein Furiosa zu bewundern. Und das bedeutet aber, dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist das eigentlich, was wir hier sehen? Ja, warum muss es eigentlich immer Gewalt sein? Warum beeindruckt die uns so sehr? Der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer schreibt dazu in Imaginationen des Bösen, Gewaltthemen treten deshalb so oft in der Kunst auf, weil ihre formale Expression der dem großen Künstler eingeborenen Affinität zum Stil, der verwundet, entgegenkommt. Es ist also die Stilaffinität als Affinität zum Effekt, der das Grundthema erst zur Gewaltfantasie macht. Das heißt, die Gewalt ist etwas, was die Künstler gerade deshalb lieben, weil sie einen guten ästhetischen Zugriff darauf haben können. Und das führt uns natürlich zu der zweiten Frage, warum sehen wir die ganze Zeit kriegerische Auseinandersetzungen? Auch zum Krieg hat Bohrer einiges zu sagen. Er schreibt, seit Beginn der europäischen Literatur von Homer bis in die Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg gewann Literatur und die Künste generell aus der Kriegsthematik eine gewaltige Energie, ein spezifisches Phantasma. Mit dem Sujetkrieg ist die für alle ästhetische Fantasie entscheidende Kategorie der Intensität angemeldet. So sichert die Kriegsthematik ähnlich der Liebesthematik ihrer Inszenierung und Rhetorik extreme Gefühlszustände diverser Natur, die man seit Aristoteles als Leidenschaften diskutiert. Der Begriff der Intensität soll aber an die Stelle der aristotelischen Erklärung der Tragödie, die auf eine heilende Kathasis hinausläuft, treten. Und wir können festhalten, dass dieser Begriff Intensität auch sehr wichtig ist, um Furiosa und um die ganze Mad Max-Saga zu verstehen. Denn Intensität meint genau diesen anderen Begriff, also dass wir hier nicht etwas Heilendes erleben, dass wir nicht gereinigt werden, wenn wir ins Kino gehen, dass wir nicht am Ende eine Moral mit hinaustragen sollen, sondern wir erleben etwas sehr Intensives und das steht erst einmal für sich. Wir sind also sehr auf etwas zurückgeworfen, was man nennen könnte ein Leben ohne Metaphysik und auch einen Film ohne Metaphysik. Zwar gibt es hier mythologische Bezüge, die sind aber ästhetischer Natur. Da, wo versucht wird, narrativ etwas herzuleiten, da gelingt es ja Miller nicht recht. Das heißt, wir erleben hier, wie die Gewalt die Einfälle produziert, die Miller dann umsetzen kann mit neuester Technik und wir erleben, wie der Krieg dafür sorgt, dass wir etwas erleben, was man Intensität nennen kann. Und es geht zugleich einher mit Beschleunigung, denn wir sehen wieder rasende Verfolgungsjagden. Für eine große Verfolgungsjagden, für eine Riesensequenz, die 15 Minuten dauert in diesem Film, die wirklich grandios ist, hat man 78 Drehtage benötigt. Wenn wir nun auf die Materialität des Films blicken, dann kommen wir natürlich nicht umhin auf die Debatte, um die doch viel stärkere Verwendung von CGI hier einzugehen. Wir sahen ja auch schon in Mad Max Fury Road CGI. Es waren zumindest hochartifizielle Bilder, aber man hat sehr viel richtige Stunts, sehr viel Mechanik, sehr viel Nicht-Digitales in diesen Film gepackt. Und das sorgte auch dafür, dass dieser Film etwas sehr Handwerkliches hat. Nun ist CGI auch ein Handwerk, aber ein digitales. Und die Digitalität wird offenbar, so sehen wir das in der Debatte, als eine stärkere Loslösung von der Realität wahrgenommen. Dabei haben wir es ja ohnehin immer mit Fiktion zu tun. Aber tatsächlich ist ja etwas dran. Wenn CGI dafür sorgt, dass Menschen sich in einer Art und Weise verbiegen, dass wir plötzlich Figuren auf der Leinwand sehen, die nicht mehr mit unserem Menschsein etwas zu tun haben, dann entsteht etwas, was man Entfremdung nennen könnte. Und dieser CGI-Effekt ist sicherlich einer, der die Kraft des Films schwächt. Zugleich ist aber der CGI-Einsatz auch wichtig, um uns mehr sehen zu lassen, als es eigentlich möglich ist. CGI ermöglicht, dass wir dort Landschaften in einer Breite und Weite sehen, wie wir es anders nicht mit der Kamera einfangen könnten. Es ist eben nicht so, als würden wir mittendrin stehen. Wenn wir mittendrin stünden, wenn wir wie Furiosa wären, wenn wir neben ihr stünden, dann würden wir all das nicht sehen. Aber wir bekommen es gezeigt als Zuschauer. Zugleich verweist der Einsatz von CGI, und das zeigt diese Zweischneidigkeit des Schwerts, auch darauf, dass wir es zwar zum einen mit einem Film zu tun haben, der noch ganz klar auf die Industrialisierung verweist, auf Gastown. Und auch heute haben wir so eine Rückkehr der Materialität. Wir fragen uns, wo kommen Ressourcen her? Wer liefert die Chips? Und zugleich gibt es aber schon diese postindustrielle Tendenz der KI, des künstlich Generierten. Hier kommt also beides zusammen, womit eigentlich der Einsatz der CGI-Technologie durchaus konsequent ist, wenn gleich in Bezug auf die menschlichen Figuren es zu den Entfremdungsproblemen führt. Wir sehen hier auch herausgestellt die Wichtigkeit der Materialität, wenn Furiosa dann irgendwann eine Prothese trägt. Aber vor allem bekommen wir diese Materialität und bekommen wir vielleicht auch den industriellen Produktionsprozess besonders durch die Kamerabewegung veranschaulicht. Die Kamera bewegt sich hier oft ruckartig. Wir können die Kamerabewegung dann nachvollziehen. Manchmal bewegt sie sich ellförmig oder sie schlägt einen Haken. Es ist, wenn man so möchte, eine Art der industriellen Produktion, so eine Fertigungsstrecke, die die Kamera nachvollzieht. Sie produziert dabei nur unsere Bilder. Da ist das Hydraulische dabei. Da sind pumpende Bewegungen. Wir sind eigentlich in einer großen, sehr automatisierten Fabrik und damit erleben wir also durch die Kamerabewegung eine besondere Intensivierung. Die Verfolgungsjagden sind sowieso reinstes Kino der Intensität. Sie werden nur leider unterbrochen durch diese Story und damit haben die Story und Dialog-Elemente etwas von einem Koitus Interruptus. Und sie führen auch zu einem eher moralischen Diskurs. Wir müssen plötzlich die Figuren psychologisieren. Wir müssen lernen, sie zu verstehen. Das alles mindert die Ästhetik. Ja, man kann fast sagen, Miller scheint Angst zu haben vor seiner Ästhetik des Schreckens und dem Genuss dieser, sodass wir ein bisschen zu oft in diesem durchaus beeindruckenden Film nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank.